hallo liebe leute und willkommen zurück zu tombrader beim letzten mal sind wir ganz schön ordentlich gescheitert und das wird jetzt so weitergehen vermute ich mal ach ja alles ist schuld nur ich nicht ja in dem fall auch finde ich es wirklich naja gut ich will jetzt nicht schon wieder anfangen über die steuerung zu schimpfen auch wenn ich es zurecht tue ach so da kann ich ja wieder mit dem bogen machen so also ich versuche es einfach noch mal so ein bisschen langsamer erst hier die die hier vorne ja da war jetzt nur einer ah da tauchen sie auch wieder aber auch trifft hier jetzt geh mal tot so na also geht doch also heilt sich nach einer weile wieder also komplett auf auf vollständig oder bleibt das so ja das muss ja gut vielleicht im im lager dann wenn sie sich hinsetzt und das ist da wieder ja ich weiß es nicht da wollte ich gar nicht hin ach diese steuerung ja naja gut das ist völlig unsinn komm ich will jetzt noch mal versuchen ich hoffe ach komm mal wieder wenn ich das schon wieder sehe ja ich habe mich noch nicht beruhigt so das hier so gehen wir mal mit dem bogen ja jetzt hört doch mal auf da vorne ich habe gar nicht erst angefangen nach der unnesse so da tauchen die nächsten auf jetzt ist ja immer noch da so ok es ist ja hier aber auch nirgendwo sicher also hier hinten in der ecke schon aber da unten drunten da unter dem naja diesen raum da eben da kommen sie auch rein zuhauf hallo zeigt euch mal ja so einfach machen sie es mir eben auch nicht wie weit kommt denn jetzt der granatwerfer hier nur fällt jetzt da unten in ja ok da kommt eben nicht weit das ist eben der nachteil ach kommen dann die wie diese steuerung ok das so das ist ok dahinter steckt er noch alle der bewegt sich ja immer noch ich verpallere hier voll die munition die haben da aber auch eine gute position ne also einfach wird das hier nicht ja das wissen wir schon aus der letzten folge oder noch die steuerung dazu über die ich immer noch stimmen kann ja das habe ich schon öfter gesagt nicht im spiel naja also die versteuerung hier ist echt nicht gut ich sag mir mal die ein hier noch zwei granaten und 19 munitionen ja die lasse ich noch mal kann ich sowieso jetzt nicht weil ich ja schon volle sind wir da habe an granaten da kann ich ja nur sieben immer nehmen ach da hin ist ja einer der hat sich gut versteckt hier ja komm jetzt steh auf na also geht doch ok kurz kurzfristig ruhe oder kommen die immer wieder neu nach das wäre ja fies nee aber das war doch bislang in diesem spiel auch nicht so oder dass die immer wieder neu nachkamen nee nicht dass ich wüsste an der einen stelle da wo wir grimm treffen sollten da war bei diesem bei diesem seilzug da da kann man ziemlich viele ja das hat schon genervt aber auch das hörte dann mal auf so ich wechsle mal über wieder auf auf moment was haben wir denn eigentlich hier ach so der kann ich mit feuer schießen über euch für ich versuche das mal glaube ich dass das jetzt sowas bringt ja wo sind sie denn nee ich glaube das ist nicht gut ich will mich da nicht so lange aufhalten das haben wir so lange genug da geärgert ich werde jetzt mal den schwierigkeitsgrad runterstellen und hoffen dass das was ist bringt wo haben wir das in grafikoptionen spieloptionen hier das ist ja nur nervt töten dann so normal leicht ja genau leicht so schließen da steht zwar ganz schön ja ich weiß aber ich will jetzt einfach so so durchkommen und dann ist gut ach so dass hier wieder und dann wieder da alles von vorne so ich hatte meine schwierigkeit und jetzt reicht es auch so wo ist der nächste da war da noch einer was für eine aussage da war doch noch einer das sind dutzende ok aber guck mal die hat das zu nehmen geschossen das ist vielleicht jetzt hier so eine auswirkung von der leichteren schwierigkeitsstufe die munition kann ich gleich mal mit nehmen ja gut eine gerade ja genau ich habe eine gerade verschossen richtig so ich wechsle mal wieder über hier auf das gewehr du brauchst keine wetter aus dem winkel ach da ist ja auch einer der ist gut getarnt ah ne da hinten kann ich mich nicht verstecken ja jetzt kommt mal her hier aha der hat sich selbst kaputt gemacht ja auch gut ja ist sehr gut ok vielleicht ist die position hier doch gar nicht so schlecht ich musste nur halten ja ich glaube es ist hier schon etwas entspannter so da kommt dann noch einer das war doch noch nicht alles aber bislang läuft es recht gut oder kommt da doch keiner mehr ich sehe jedenfalls gar keinen aber ich höre welche ach da vorne ach da vorne oh ne das war nicht gut äh rein hier rein hier rein hier da wollt ihr vielleicht runter kommen hier oder oder doch nicht so wie eure kollegen die hier angelaufen kamen und sich abballern ließen wie die hasen da wäre mir ganz recht dann ist das ganze einfacher für mich naja die wollen das auch nicht ist ja auch verständlich die machen da vorne ihr theater ja aber das war es auch ich sehe die aber auch nicht na wo sind sie denn versteckt also treffen und werfen können sie gut wo sind die denn ich sehe die doch nicht ach da da guck mal da hallo lager triffst du mal ja so ist es gut ok jetzt haben sie auch den schutz da nicht mehr da oben ist noch einer noch einer da unten ist noch einer nö nachladen kann ich nicht boah da sind sogar zwei kommt hervor los aber nicht mich treffen boah der regen hier der ist so dicht ja der kommt schon wieder her ok so haben wir noch munition ja ein bisschen was haben wir noch ja also so ist das jetzt machbar hier da ist noch einer da ist aber noch irgendwo einer das war noch nicht alles wo sind die denn noch da das war noch nicht alles da ist noch jemand mindestens einer ich muss ein bisschen weiter vor rum suchen munition aufnehmen kann ich nachher auch noch da kann ich aber nicht hoch ok war ich da schon drin weiß ich jetzt nicht ich nehme mal mit munition kann ich gut brauchen so können wir nochmal nachladen hallo nachladen daher ok ist alles schon da das sieht relativ ruhig aus hier ok ich glaube die ecke hier ist erstmal gesichert dann sammle ich hier mal ein wo man bin ich froh dass das vorbei ist so geht das da hoch ja sehr gut da haben wir noch munition sehr gut alles mitnehmen ok das war's da ist nichts mehr da liegen doch noch ein paar leute ja da hinten plärren sie noch rum ja ist ja gut ich komme schon noch zu euch da hätte ich so viele granaten verschießen können ja aber die fliegen ja nicht so gut so haben wir da noch was da nicht also ich will die sache schon einsammeln denn das ist jetzt nicht verkehrt da alles mitzunehmen was zu kriegen ist ich brauche das ja auch ok ja ich glaube das war's hier waren wir da vorne auch schon drauf moment da war doch was ja ok das hier da noch was ja da noch was zu mitnehmen ok ja da waren wir auch schon drauf und da drüben nö da geht's nicht drauf hier geht's so drüber doch hier ja vielleicht da außen rum kann die musik mal aufhören die nervt gerade naja gut es geht nicht ok ist ja auch egal was haben wir denn na den haben wir auch schon geplündert was haben wir denn so da hier hinten vielleicht oh ja da liegt was ok aber volle position ich würde gerne speichern oh ja ich glaube das wird nicht lange halten hier ich muss das licht zerschießen ich versuch's mal mit dem bogen also ich hoffe dass da jetzt eine speicherstelle ist oh ne das das haut so hier gar nicht hin ja gut das ist ein mg ne das haut schon rein jetzt haben wir noch einen scheinwerfer hier da bewegt sich doch ein licht ja gut das ist der scheinwerfer da oben wo ist denn die nächste deckung ja ich muss es einfach versuchen ja und wie langsam sie doch ist oh man ach da geht's ja hoch ah sehr gut ah dann nach links so hoch 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 na komm ich krieg euch ja ok die hab ich oh ah ok pause eben aber da muss ich wahrscheinlich mit dem mit dem granat ja verhinschießen dann das würde sinn machen ich würde aber gerne den Moment da steht da einer ich würde doch gerne ne das hat wohl nichts gebracht jetzt habe ich vergessen was ich sagen wollte ach so ja ich wollte ich wollte sagen ich würde gerne das licht ausschießen hat das was gebracht jetzt habe ich den erwischt das sieht ja fast so aus nö doch nicht auf jeden fall bin ich hier in guter deckung äh oder auch doch nicht ok das war's nur ich sollte darüber so wo haben wir jetzt den kollegen hier gebt mir mal was ihr so mit habt ja ja ich weiß dass ich den habe ach so da muss ich mit dem granat ja einfach nicht durch äh ballern aber ok ja ich versuch's einfach mal äh nö hat nichts gebracht ich will das licht ausschießen da ne haut nicht hin so äh ja aber wie jetzt doch nochmal Moment eigentlich immer hier um die Ecke hier boah da kann ja da kann ja rein schießen so hat das was gebracht jetzt hier nö äh ähm ja aber wie geht's denn jetzt weiter ich muss doch irgendwie da durch das nutzt doch alles nix ja aber da häh wie geht's nicht weiter ah guck mal die ballern das weg hier ja aber ich kann doch da nicht raus hallo hörst du mal auf zu schießen nö nö der will nicht nö der will nicht ja was das ne ich hab keine Ahnung na da geht doch entdeckung aah so so jetzt aber das muss jetzt geklappt haben ach da ist offen guck mal ja ja jahre ja 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 ich kann wieder ja dann weiter ja sie solle ich in den helikopter einsteigen Ich habe aber jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm, weshalb. Ich würde gerne mal eine Pause machen. Kann ich das hier machen? Und ich würde... Hä? Moment mal, wo sind wir denn hier eigentlich? Wo war denn das MG-Nest hier? War das da? Ne, darüber will ich noch nicht. Da unten. Ja, leider gehen wir nach unten, genau. Was sagt denn... Was sagt denn die Karte? Ah ja, okay. Ne, ich würde gerne nochmal zurückgehen hier. Hm, geht das? Kommt man da... Ja, doch, die Balken da sind weiß. So, jawohl. Und hier brennt alles. Okay, aber es geht. So, haben wir jetzt hier noch was Schönes zu finden? Da drüben, da kommt... Ah ja, dann bin ich da rüber gesegelt, genau. Ich weiß noch. Okay, dann gehen wir nochmal da hin. Endlich haben wir das MG nicht mehr. So. Nach links. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Nö, da ist nichts. So, die beiden haben wir schon durch. Und... Da drüben war das MG-Nest. Aber da kommen wir doch gar nicht hin. Also... Ne, es geht gar nicht anders. Wir müssen da hin. Ja, Lara, du sollst doch jetzt sein. Dann nehmen wir auf die... So, da liegt noch was. Aber... Das kann ich nicht nehmen. Okay. So, da oben. War da das MG-Nest? Ah, da geht's weiter. Okay. Da drüben... Komm, ich verballere jetzt mal einen Schuss hier. Nö, das... Das geht gar nicht. Okay. Gut. Dann werde ich jetzt hier einfach mal stehen bleiben. Und bevor wir da rüber gehen... Ich weiß ja nicht, was da drüben auf uns wartet. Da mache ich mal eine Aufnahmepause. Ähm... Ja. Und... Moment mal. Jetzt nochmal kurz überlegen. Komm, ich setze jetzt mal die Schwierigkeit wieder hoch. Und zwar hier... Auf... Äh... Mittel. Äh... Normal. Okay, normal dann. Oder doch? Naja, ich bin noch... Aber, glaube ich. Nee, ich lasse die mal auf normal. So. Jetzt... Achso. Wieder rein ins Spiel hier. So, genau. Ja. Jetzt aber dennoch. Schluss für heute. Ähm... Und beim nächsten Mal geht's weiter. Ach gut, dass wir die Stelle jetzt geschafft haben. Ich bin echt froh. Das war ein bisschen zu schwierig für mich. Denn, äh... Ich will ja auch irgendwie das... Na... Ich such da jetzt nicht wirklich... die Herausforderung. Ich will da einfach schön, äh... Durchspielen. Und dann auf möglichst unterhaltsame Art und Weise. Und wenn ich mich da nur aufrege und immer scheitere, dann ist das auch nicht unterhaltsam. So. Okay. Genug gelabert für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.